Ganz langsam füllen sich Deutschlands Klassenräume wieder mit Schülern und Lehrern. Bis zum 6. Mai soll feststehen, wie genau es funktionieren soll. Nicht alle Länder gehen diesen Schritt. Viele, vor allem aber die, die besonders schwer durch Covid-19 betroffen sind oder schlecht für die Pandemie gerüstet waren, lassen ihre Schulen für den Rest des Schuljahres zu. So Italien und Spanien. Hier bleiben die Schulen bis September geschlossen. Auch in Großbritannien kehren die Schüler erstmal nicht zurück in den Unterricht, genau wie in fast allen 50 US-Bundesstaaten, in fast allen Ländern Afrikas, in Indien und Singapur. Auch in Japan bleiben die Schulen vorerst dicht. In China, Dänemark, Norwegen, Taiwan und Nordkorea haben zumindest einige Schulen wieder geöffnet, aber nicht alle Klassen, denn viele werden dort weiterhin online unterrichtet. Außerdem planen in Europa die Schweiz, Portugal, Griechenland, Kroatien, Tschechien, Slowakei, Estland, Island und die Türkei baldige Schulstaats. In Asien öffnen etwa Südkorea, Thailand und Vietnam die Schulen.